Vier Phantom-Flugzeuge vom Typ F4F vom Jagdgeschwader 74 Mölders aus Neuburg an der Donau sowie eine Phantom-2 aus Bremgarten bringen mit ihren Maschinen eine Formationsdemonstration sowie eine Einzelvorführung. Die Höchstgeschwindigkeit dieses Jagdflugzeuges beträgt Mach 2,4. Im Tiefflug erreicht sie immer noch eine Machgeschwindigkeit von 1,25. Es sind die zwei Triebwerke von General Electric, die mit jeweils 5400 Kilopond, mit Nachbrenner sind es insgesamt 8100 Kilopond pro Triebwerk für den Schubsaugen. Dieses Flugzeug wird mit einem Piloten und einem Waffensystemoffizier geflogen. Die Reichweite beträgt eine Zusatztank 2000 Kilometer. Und im Tiefflug hat das Flugzeug eine Reichweite von 1000 Kilometern. Die Dienstgipfelhöhe 20 Kilometer oder 60.000 Fuß. Der Hersteller McDonough Douglas kommt aus Amerika. In der Hauptsache wird dieses Flugzeug eingesetzt als Jäger zum Begleitschutz, als Eskorte und zur Luftüberlegenheitsjagd. Die F4 von Thun wurde 1974 in die deutsche Luftwaffe eingeführt. Sie ist so gebaut und ausgerüstet, dass sie auch auf Flugzeugträgern starten und landen kann. Sie ist so gebaut und ausgerüstet, dass sie auch auf Flugzeug und zur Luftwaffe eingeführt werden. Sie ist so gebaut und ausgerüstet, dass sie auch auf Flugzeug und zur Luftwaffe eingeführt werden. Sie ist so gebaut und ausgerüstet, dass sie auch auf Flugzeug und zur Luftwaffe eingeführt werden.